Okay, so. So, äh, das eine Bild ist hier und das andere hier. Okay. Also dann, Plan zu Nichte gemacht, wegen einem Creeper. Wir holen uns nur den Mond. Mehr nicht. Da ist der wer. Was? Ich brenne. Der hatte einen Bogen mit Flammen drauf. Der hat ihn aber nicht getroppt, oder? Nö. Der hatte einen Bogen mit Flammen drauf. Ich kann nur nachts schlafen, aber es sieht doch nachts aus. Vermutlich ist es einfach nur dunkel, weil es gerade regnet. So, wie sieht es da aus? Habe ich hier noch ein paar Sachen? Habe ich noch. Äh, Pfeile. Dann kann ich auch das hier noch mitnehmen. Okay. Na gut. Dann mal schnell nach Hause und dann, äh, wird nach oben gesucht. Das ist echt alles voller Gras. Aber ich glaube, das war nicht alles ich mit... Das war nicht alles ich mit, äh, Knochenmehl, oder? Nein. Das war ich nicht mit Knochenmehl. Auf der Insel zum Beispiel war ich noch gar nicht. Oh, ich würde sie gerne... Zu gerne die Farbe mitnehmen. So was, dann nehme ich einfach mit. So. So. Äh, wo ist der andere? Ach da. So, kein halbes Level mehr bis Level 29. Ja, die Rüstung halt auch noch. Okay. So, vielleicht haben wir sogar noch einen Mond. Das weiß ich gar nicht. Das wäre ideal. Okay. So, dann sehen wir gleich mal nach. Erst mal essen. So. Und was haben wir hier? Wir haben Knochen. Wir haben das. Okay. Spinnenaugen und so sind da drüben. Spinnenaugen, Tintenbeutel, Schwarzpulver. Das war's. Dann haben wir noch. Kürbis. Gerne. Eine Lore. Die müsste hier drin sein. Genau. Ah, okay. Die wird so gestapelt. Dann machen wir das einfach so. Äh, was haben wir noch? Das da haben wir. Dann haben wir. Das hier. Oh, das ist toll. Das ist toll. Der hier kommt, wird gleich geschmolzen. Nehmen wir gleich mal mit. Lapis Lazuli haben wir. Wir haben Kohle. Und wir haben ein bisschen Holz. Und das. Ach, den Bogen haben wir noch. Stärke 2. Okay, dann machen wir das so. Gemacht. Okay, dann ist das auch in Ordnung. So. Wir haben 47 Knochenmehl. Das sollte eigentlich reichen. Eigentlich. Yeah. Der brennt nicht mehr. Eisen. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Eisen. So. Stein. Der Stein kommt drunter. Und dann. Dann gehen wir auf die Suche nach dem Mond. Okay. Vielleicht hier mal ein bisschen. Nein. Nein. Ja. Hä? Ah, Weizenkörner. Okay. Ich dachte gerade, hä? Seit wann kann ich Gras abbauen? Einfach so. Okay. Hier vielleicht noch. Ja. Geil. Dreimal. Vielleicht noch. Nö. Okay. Okay. Wo? Vielleicht noch. Hier? Ja. Okay. Wir brauchen jetzt einfach mal das ganze Knochenmehl. Und dann gehen wir zurück. Oder besser gesagt, dann machen wir Schluss. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Mist. Ja. Ja. So. Dann hier. Noch mal. Zweimal. Und noch mal. Toll. Toll. Ähm. Nicht so toll war das. Aber das ist toll. Nö. Okay, auch nicht. Nein. Ja! Und? Ja! Ja! Gleich nochmal! Ich glaube, ich sammle hier jetzt gerade lauter Eier ein. Äh, hier nicht. Okay. Auch nicht. Nein. 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 Die Sonne geht, glaube ich, gerade unter. Nein. Hier ist ein bisschen wenig. Aber auch nein. Auch nein. Ah, und jetzt habe ich eh nichts mehr. Wie viel? 18. 18 ist eigentlich ein bisschen wenig. Wir holen uns nochmal einen kompletten Stack Knochen und... Wuh, 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 wuh. So. Okay. Äh, okay. Ja, wir rennen jetzt schnell nach Hause und schlafen zu Hause. Okay. Okay, weil... Aus Versehen haben wir bei Jaina im Stall auch ein paar Gräser... ...gemacht. Die Zauber-Tick-Outer-Rüstung, die wird dir nicht helfen. So. Okay, hier ist es zu dunkel. Ich muss hier noch irgendwo eine... Ach, ich habe die Fackel eh hier. Ich muss hier irgendwo eine Fackel anbringen. Machen wir hier. Oder... Vielleicht hier? Ich glaube, das ist sogar besser. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, weil das jetzt so aussieht, als würde der das verbrennen. Aber egal. Und wegen dem sieht das jetzt auch ein bisschen blöd aus. Äh. Egal. Gehen wir pennen. Ach, das war... Ach, angenehm. So. Jetzt rüllen wir die Sachen schnell auf und holen uns noch ein bisschen Knochen. Ein paar Knochen. So, zack, zack. Ach, einen hatte ich eh. Weizenkörner kommen da. Ah, okay. Zack, zack, zack. Mal das ein bisschen verrutschen. So. Eier kommen da vorne hin. Pfeile kommen hier hin. So. Nehmen wir mal die Hälfte, oder? Ja. Ja, das sollte, das sollte durchaus reichen. Locker. Hoffe ich doch zumindest. Äh. Äh. So. Hier vielleicht noch ein bisschen. Ja! Und da vielleicht noch ein bisschen. Äh, nein. Hier? Nö. Da noch und äh, nein. Okay, dann hier nicht mehr. Das ist eine Spinne. So. Mal sehen, wo könnten wir denn noch Gras finden, wo noch nichts gewachsen ist. Da drin ist tatsächlich alles voll. Äh. Äh. Janus Stahl. Hm. Warte mal, dass ein Skillet. Hier ist noch eine etwas karte Stelle. Ja! Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ja! Und hier? Oh, nein. Hier? Ja! Äh. Hier? Ja! Hallo? Oh, leider nicht. Hier? Ja! So, wo haben wir hier noch ein bisschen? Da haben wir noch ein bisschen. Äh. Leider nicht. Auch nicht. Boah. Hier sind noch welche. Ich glaube, die habe ich mit Absicht stehen lassen. Egal. Jetzt werden sie abgeholzt. Ab. Ne, nicht abgeholzt. Äh. Keine Ahnung. Abgerissen. Keine Ahnung. So, sehen wir mal da vorne ein bisschen nach. Das Huhn hat vor lauter Schreck ein Ei gelegt. Ja! Hier nicht. Hier ist alles voller Gras. Das gibt es doch nicht. Gibt es denn nirgends eine etwas kahle Stelle? Ja! Ich glaube, ich habe eine große gemacht, oder? Ach, nein. Jetzt ist sie da. Okay. Da unten ist eine gespawnt. Oder es könnte sein, dass ich die stehen habe lassen. Aber die hier kommt mit. Nein. Nein. Auch nicht. Nö. Ach, komm. Da unten ist ein bisschen was frei. Toll. Das hat nur diesen einen gewachsen lassen. Ist auch blöd. Nein. Nö. Wo wachst hier denn schön Rosen? Na, roter Mohn ist es, glaube ich. Mohn? Ja, wo wächst denn hier schön Mohn? Jetzt bin ich schon wieder hier. Noll. Führt mir mal schnell die Zombies. Was ist denn hier in der Hülle drin? Ein Creeper. Wir sind auch schon Level 29. Und drüber. Noch ein Zombie. Eisen. Ja, okay. Aber über. Das Eisen lasse ich jetzt mal. Oder nein. Das Eisen nehme ich mit. Und dann gehen wir mal wieder raus. Weil ich will jetzt auch nicht wirklich... Die Kohle lasse ich jetzt mal. Ich will jetzt auch nicht... Ich will jetzt auch nicht... eine Höhle erforschen, ganz ehrlich. Da habe ich jetzt nicht so wirklich die Lust zu. Ich will eigentlich nur noch Mohn sammeln. Wieviel habe ich hier? 33. Ich hätte schon gerne einen Stack. Das heißt, die 52 Knochenmehl, die wir noch haben, die verbrauchen wir noch. Jetzt ist hier wieder viel frei geworden. Und dann war es das. Okay, da ist überall Wüste. Das damit stehen lassen. Hier ist ein kleiner Fleck. Nö. Aber nichts spawned. Also, keine Rose. Hier, Rose! Äh, Mohn! Hier ein bisschen... Nö. Da habe ich eine... Da habe ich drei stehen lassen. Die habe ich markiert. Jetzt... Das Eisen. Aber da gehe ich jetzt nicht runter. Ja, zweimal gespawnt. Nochmal gespawnt. Ja, hi. Oh, jetzt leider nicht mehr. Ja, nochmal. Ja, nochmal. So, ein bisschen was. Jetzt kommt schon. Noch mehr Rosen. Ja. Zweimal. Nebeneinander. Und nochmal. Und nochmal. Ja, geil, schon wieder. Oh, aber jetzt nicht mehr. Ähm, hier ist ein bisschen... Ja, geil. Oh. Hm. Hier ist ein bisschen frei. Da ist ein... Nein. Da ist ein bisschen... Ja, geil. Zwei Stück. Ist ein bisschen frei. Da ist ein bisschen viel frei. Hier auch. Ja. So, 47 schon. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir überhaupt sind. Ach, hier sind wir. Äh? Wir sind ja auf dem Weg zur Höhle der Eras. Wir haben... Wir haben das geschafft. So, die... Der Mond da war schon vorher da. Den habe ich stehen lassen. Da sind zwei gespawnt. Ja, geil. Da unten ist ein bisschen Platz. Und das... Boah, doch gleich eine. Oh, jetzt nicht mehr. Hier... Nein. Da... Ja. Mhm. Da unten sind mehrere. Aber ich glaube dir... Ich glaube auch die habe ich stehen lassen. Aber ein... Ganz ehrlich, eine davon können wir mitnehmen. Oh, dann nehmen wir sie gleich nochmal mit. Hä? Ich höre Lava. Ist doch... Ah, okay. Jetzt haben wir keinen Knochen mehr mehr. Äh... Hier ist irgendwo Lava. Sieh nicht unter der Oberfläche. So, aber ich glaube wir gehen jetzt nach Hause noch. Wir gehen jetzt nicht mehr zur Höhle, wo wir gerade in der Nähe wären. Sondern wir gehen jetzt nach Hause. Dann räumen wir unser Zeug auf und dann ist Schluss für heute. Wir haben ja auch einiges wieder geschafft. Wir haben... Sagen wir mal ein Drittel der... oder ein Viertel... Ein Drittel und ein Viertel der neuen Ebene, die wir angefangen haben, geschafft. Und ich glaube wir werden noch die nächsten zwei bis drei Aufnahmen in der Ebene bleiben. Vermutlich. Schätze ich jetzt mal. So, ich weiß, wir haben Eisendeball. Dann haben wir Monstersachen dabei. Äh, äh... 54 haben wir, okay. So, du kommst da. Ach und mal, wir haben da noch was. Das sah jetzt aus wie Fleisch. Also in diesem Ressourcenpaket sieht das echt aus wie Fleisch. Deswegen habe ich sie auch erst nicht mitgenommen. So, das bleibt... Fertig. Vielleicht machen wir uns noch schnell eine neue Spitzhacke. So, neue Spitzhacke. Zack. Dann nehmen wir hier die Hälfte und... Zack. So, wenn das Eisen fertig ist, nehmen wir das vielleicht sogar noch... Ach, okay, wir gehen sowieso noch mal schlafen vorher. Eisen wäre fertig. Nehmen wir das gleich mit? Ja, aber sonst... Sonst müssen wir... Fangen wir in der nächsten Aufnahme gleich... Nach, keine Ahnung, einer halben Stunde an nochmal zurück zu gehen. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn jetzt dieses Hellrot und so weiter nicht noch... So vom Mittelpunkt aus gehen würde, sondern da drumrum, das wäre richtig geil. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich... Oh, wir wären fast Level 30. In der nächsten Aufnahme verzaubern wir ein paar Sachen. Ich glaube, ich lasse den Ofen jetzt vorerst mal leer. Wir haben eh genügend an Stein. So. Und jetzt sage ich mal... Ciao! Bis morgen, Leute!